Emil und die Detektive ist ein deutscher Spielfilm von Gerhard Lembrecht aus dem Jahr 1931. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner. Dieser frühe Tonfilm gilt als bedeutendes Werk der deutschen Filmgeschichte und wird bis heute in der Filmkritik allgemein als beste Verfilmung von Emil und die Detektive betrachtet. Handlung Emil Tischbein lebt zusammen mit seiner verwitweten Mutter in Neustadt, einer fiktiven Kleinstadt im Deutschland der Weimarer Republik. Emil ist ein braver Junge und versucht seiner Mutter wenig Kummer zu machen, auch da die finanzielle Lage der beiden nicht gerade rosig ist. Trotzdem macht auch Emil als echter Junge mal ein paar Streiche. So gestaltet er ein Denkmal kurzerhand um, so dass es dem Wachtmeister Jeschke verblüffend ähnlich sieht. Als Jeschke dies bemerkt, ist er von dieser Denkmalschändung natürlich nicht begeistert. Zum Glück findet der Wachtmeister nicht heraus, dass Emil daran beteiligt war. Emil wird in den Ferien zu seiner Großmutter nach Berlin geschickt. Er soll für sie 140 Reichsmark mitnehmen, die er aus Vorsicht noch zusätzlich mit einer Nadel in seiner Jackentasche befestigt. Auf der Zugfahrt nach Berlin sitzt Emil mit einem zwielichtigen Unbekannten im Abteil, der sich als Herr Grundeis vorstellt. Als der Unbekannte bemerkt, dass Emil viel Geld bei sich hat, bietet er dem Jungen Bonbons an, die ein Schlafmittel enthalten. Während Emil schläft, stiehlt Herr Grundeis ihm das Geld. Erst am Berliner Bahnhof Zoo kommt Emil wieder zu sich. Er sieht gerade noch, wie Grundeis vom Bahnsteig verschwindet. Sofort nimmt Emil die Verfolgung auf, was sich in einer fremden Stadt natürlich als sehr schwierig erweist. Zum Glück trifft Gustav mit der Hupe. Gustav erklärt sich schnell bereit, Emil zu helfen. Und da er der Anführer einer Kinderbande ist, sind schnell viele Helfer zusammengetrommelt, die Grundeis überwachen. Währenddessen warten Emils Cousine, Ponyhütchen und die Großmutter am Bahnhof Friedrichstraße vergeblich auf die Ankunft Emils. Also werden diese von der Kinderbande informiert. Die Großmutter macht sich natürlich schreckliche Sorgen. Aber da Ponyhütchen die Jungen begleitet, beruhigt sie sich etwas. Am Abend versucht Emil in einer Verkleidung als Hotelpage, sein Geld aus dem Hotelzimmer von Herr Grundeis zurückzuholen. Emil entwendet zwar erfolgreich dessen Geldbörse, doch diese ist leer, der die Patte inzwischen schon das Geld in seinen Hut gesteckt. Am nächsten Morgen verfolgt eine ganze Hundertschaft an mobilisierten Kindern den Dieb, sodass dieser schließlich aufgeben muss. Als er einen 100-Mark-Schein in einer Bank wechseln will, wird er von Emil aufgrund der Nadellöcher in dem Schein entlarvt. Der Bankangestellte löst Alarm aus, der Dieb wird festgenommen. Auf dem Polizeirevier stellt sich heraus, dass es sich bei Grundeis um den steckbrieflich gesuchten Bankräuber mit Linsky handelt. Auf den 1000-Reichsmark-Belohnung ausgeschrieben sind. Als Emil schließlich mit dem Flugzeug nach Neustadt heimkehrt, wird er von der Bevölkerung wie ein Volksheld am Flugplatz empfangen. Und eine Kapelle spielt zu seinen Ehren Hintergrund. Der Film aus dem Jahr 1931 ist die erste Verfilmung des Kästner-Schen-Romans. Die Dreharbeiten begannen am 6. Juli 1931 in Berlin und auf dem Ufa-Studio-Gelände in Neuber-Belsberg. Die Außenaufnahmen aus Neustadt wurden in Werder gedreht. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten, die bei den frühen Tonfilmen bestanden, wurden einige Außenszenen stumm aufgenommen und nachträglich mit Ton und Musik unterlegt. Insgesamt sei der Film in seiner Bildgestaltung und den Schwarz-Weiß-Kontrasten noch sehr den Stummfilmen verhangen. Was aber die ungewöhnlich realistische Art des Filmes mit dokumentarischen Aufnahmen des damaligen Berlins begünstige. Bekannt wurde insbesondere die expressionistisch beeinflusste Halluzinationsszene im Zug. Als der Grund als Emil eine mit Drogen untersetzte Süßigkeit gibt und dieser vor sich hin fantasiert. Laut Philip French kopierte sogar Alfred Hitchcock dies in einer Szene aus seinem Film Eine Dame verschwindet. Für die Rollen sollen sich insgesamt 2500 Jungen gemeldet haben, von denen zunächst 50 in die Vorauswahl für die Rolle des Emil kamen. Letztlich entschied sich die Ufa für Rolf Wenkhaus, der hier sein Filmdebüt machte und anschließend auch nur noch zwei weitere Filme drehte. Regisseur Lembrecht kam es vor allem darauf an, dass die Kinder natürlich und nicht gekünstelt agierten. Der überwiegende Teil der männlichen Kinderdarsteller machte hier ihr Filmdebüt. Doch Ponyhütchen-Darstellerin Inge Landgut war bereits seit 1927 im Filmgeschäft und hatte somit bereits vier Jahre Erfahrung. Ebenfalls 1931 spielte Landgut auch das von Peter Lorre ermordete Kind in M. Viele der jugendlichen Hauptdarsteller kamen wenige Jahre später im Zweiten Weltkrieg als Soldaten ums Leben, darunter Rolf Wenkhaus, Hans Schaufuß und Hans Albrecht Löhr. Hans Richter, der hier als Fliegenderhirsch sein Filmdebüt gab, überlebte dagegen den Zweiten Weltkrieg und konnte sich eine lange Schauspielkarriere aufbauen. Den Autor Erich Kästner kann man dabei in einem Cameo-Auftritt Zeitung lesend in der Straßenbahn sehen, in die Emil steigt. Als er in Berlin ankommt, das Drehbuch zu diesem Film schuf der damals noch relativ unbekannten und später in Hollywood als Regisseur berühmt gewordene Billy Wilder. Vor Wilder hatte sich Erich Kästner selbst am Drehbuch versucht. Wegen seiner Unerfahrenheit mit Drehbüchern wurde allerdings Emmerich Pressburger als sein Co-Autor verpflichtet. Die Zusammenarbeit zwischen Kästner und Pressburger scheiterte jedoch bereits im Anfangsstadium. Bis früh einhalb fünf Uhr habe ich das Emil-Film-Manuskript gelesen. Das Manuskript ist ekelhaft. Die ganze Atmosphäre des Buchs ist beim Teufel. Und ich werde Anfang der Woche saugrob werden, wenn ich mit Stapenhorst rede, so Erich Kästners damals recht ungehaltener Kommentar. Kästner beklagte sich unter anderem darüber, dass Emil in Pressburgers Drehbuch einem Mann seine Busfahrkarte stehlen und an einem Haus einen Blumentopf entwenden sollte. Nach diesen Auseinandersetzungen verpflichtete man Billy Wilder als Drehbuchautor. Da Wilder recht einfühlsam mit dem Stoff umging und sich im Wesentlichen an der Romanvorlage orientierte, akzeptierte Kästner schließlich Wilders Manuskript. Die Welttore-Aufführung des Films fand am 2. Dezember 1931 in Berlin statt. Emil und die Detektive brachte ungewöhnlich hohe Einspielergebnisse. Selbst in London und New York wurde der Film ein Jahr lang gezeigt. Der außerordentliche Erfolg machte es schließlich möglich. Dass der Streifen sogar noch zu Weihnachten 1937 als Kästner von den Nazis längst mit Schreibverbot belegt worden und Wilder in die USA ausgewandert war, in einem Berliner Kino lief. Erst danach wurde der Film verboten. Auszeichnungen 2003 erstellte die Bundeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit zahlreichen Filmschaffenden einen Filmkanon für die Arbeit an Schulen und nahm diese Verfilmung in diese Liste mit auf. Kritiken 3. 5. 6. 7. 11. 11. 12. 11. 12. 12.